Hallo und willkommen zurück bei das schwarze Auge Drakensan. Wir befinden uns immer noch hier auf der Wolfsjagd und da hat uns auch schon einer erblickt. Ja, wird der da vorne wahrscheinlich sein. Gut, dann mal, tatütata, auf ins Gefecht. Oh, gleich zwei. Oh, gleich drei. Ho, 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 na der mal den, äh, der nimmt mal den, ja und sie kann den, obwohl wir setzen hier einen Wuchtschlag. Und dann tatütata. Ja, schön, eine Erfahrung erhalten. Da kommt ja hier gleich das ganze Rudel heran. Und wieder eine Erfahrung, schön. Ach, der ist fast tot und der, hier machen wir nochmal einen Wuchtschlag. Ja, schön, gut. Ich hab das Gefühl, der Sound ist ein bisschen leise. Moment. Ähm, 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 nein, sollte passen. Gut, dann, Rihanna, geh mal wieder hier ein bisschen plündern. Die Wölfchen. Und ja, schön. Dann hier nochmal. Dann, dann, da nochmal. Nein, 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 nein. Soll's doch so. Ausnehmen. Ausweiden. Bäuchlein aufschlitzen, Gedärme raus. Bäuchlein aufschlitzen, Gedärme raus. So, Bäuchlein aufschlitzen, Gedärme raus. Schön. Und dann hier nochmal. Bäuchlein aufschlitzen, Gedärme raus. Ja, nicht hier bei Dranuar, schon beim Wolf. Werkelt hier ja bei Dranors Fuss da rum. Gut, ähm. Dann, 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 dann. Da unten haben wir auch noch ein paar. Juhu. Hatake. Dann, einmal Wuchtschlag hier rauf. Einmal Wuchtschlag hier rauf. Er auch hier rauf. Und. Holodrehil. Hoppa. Da kommt ja noch einer. Na, dann, nimm du mal den da. Nein, den müssen wir nennen. Den. Den. Ja. So, kann sie noch ein zweites Mal. Nein. Kann er noch. Nein. Ja, schön. Und dann bitte wieder ausweiden. Bäuchlein aufschlitzen, Gedärme raus. Äh. Dann hier eben. Bäuchlein aufschlitzen, Gedärme raus. Und hier nochmal. Ja, mittlerweile hat sie es ja richtig raus, also. Finde ich gut, finde ich gut. Okay. Dann. Dann, 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 dann. Tote Weißfell. Gut, die hatten wir ja schon vorher. Erlegt. Hier haben wir noch ein paar Pflänzchen. Und da hinten haben wir noch. Schön, das gibt ja viele Erfahrungspunkte. Nahrungspunkte. Huhu. Dann. Hier mal rauf. Arme rauf. Und er hilft ihr. Oh, jetzt kommen aber. Viel, 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 viel. Wieder eine Erfahrung erhalten. Er steigt ja hier richtig auf. Das freut mich. Freut mich. Ja. Und jetzt zurück. Und jawohl. Schön. Und wieder das Ganze von vorn. Uh, transparenter Baum. Hurra. Hurra. Dann. Einmal den. Na, hat sie wieder verkackt. Dann einmal hier. Ah, hier liegen ja genug rum. Darf man ruhig auch mal verkacken, das. Landen das nicht fünf? Egal. Eins. Liegen hier zwei? Nee. Gut. Und dann gleich weiter. Hm, hm, hm. Und hier sind gleich noch ein paar. Hallo, hallo. Und einmal hier rauf. Einmal hier rauf wieder. Das altbewährte Spiel. Und. Mann, sie hat da auch einen Schlag. 16. Hm, hm, hm. Schön. Und hier nochmal. Er will nochmal. Er hat noch nicht. So. Und dann. Dann, 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 dann. Dann haben wir hier noch jemanden. Ja, da habe ich noch zwei rote Pünktchen. Ah, hier sind sie. Dann, du nimmst den da. Du nimmst den da. Und du, ja, auch den da. Nimm das. Nimm das. Ja, nimm ihn. Kann sie nochmal. Sie kann nochmal. Und. Ausholen. Und jawohl. Naja, das machen die zwei schon. Das machen die zwei schon. Und dann hier nochmal. Während die da sich da oben noch ein bisschen kloppen. Spart ihr auch ein bisschen Zeit. Nimm das. Ne, genau richtig. Was denn? Wer keucht denn da so? Fehlschlag schön. Aber hier, das funktioniert. Und wir gehen gleich wieder weiter. Ja, ich glaube, jetzt haben wir hier... Ähm, ja, nein, doch noch nicht. Dachte schon, wir haben den ganzen Wald schon ausgerottet. Aber sieht noch nicht danach aus. Gut. Ja, er darf den da nehmen. Ja, schön, dann gleich mal ausweiden hier. Na, komm. Das nehmen wieder und dann gleich hier. Na, komm. Hallo. Hallo. Den da. Nimm, nimm. Mach doch. Steht hier rum und schaut in die Luft. So, dann hier nochmal. Ja, ist sehr schön. Und... Ja, ich glaube, jetzt sind wirklich alle hier... ...der komplette Wolfsbestand erlegt. Ja, da haben wir noch einen Hirsch. Ja, spring nur davon. Und... Ja, dann gehen wir mal das Zeug schnell mal verkaufen hier. Und dann sind wir... ...sind wir glücklich, ja. Hey, du Jäger. Jäger-Käuzchen. Ich stehe in eurer Schuhe. Ja, da würde ich gerne sehen, was ihr im Angebot habt. Genau, weil wir wollen ja unseren Müll her verkaufen. Ulmenhäuser. Ja, das verkaufen wir. Die Pfeile geben... Nein. Die Nüsse. Ja, wir brauchen Nüsse. Nüsse. Ach, ich hätte jetzt gerne Nüsse. Inbeere. Außerfalle. Weg damit, weg damit. Fellfetzen. Weg damit. Äh, die Anleitung Schleifsteinen. Dann behalten wir mal. Sechzehnmal Quellwasser. Ach, da können wir doch... Dreizehnmal. Weg damit. Gut. Ähm. Ja, Handel abschließen. Ähm. Dann sie nochmal. Ach, wir hätten jetzt ja... Ich stehe in eurer Schuze. Ach so, sie hat ja jetzt... Oh, Wolfsratten-Schwänse. Werden Sie nicht behalten? Ja, vielleicht kann man sich da ja eine Kette machen. Würde ich doch... ... gern behalten. So, die Sehnen und die Fellfetzen und das Wildschweinfell und die Wolfspfoten und die Giftsehne und das Wolfsfell. Und dann sind wir... Handel abschließen. Ja, gut. Hier wären wir dann noch richtig reich. Ja, ja, schön, 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 schön. Ähm. Der hatte ja noch Pfeile dabei. Kann sie haben. Bolzen. Okay, Bolzen brauchen wir eigentlich nicht. Aber egal. Ähm. Ja, gut. Somit wären wir hier fertig. Und. Ja. Mal schauen. Ja. Achtung, Wildwechsel. Hm, 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 hm. Aber trotzdem finde ich die Umgebungsgrafik hier wirklich... Ja, so. Muss man mal lassen. Also wirklich schön gemacht. Ja, gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hier, glaube ich, haben wir alles. Du musst mal auf dieser Seite... Wir könnten ja noch mal in die andere Seite, in die andere Richtung gehen. Und... Ja, um einfach zu schauen mal, ob wir hier ja nichts... Ausgelassen haben. Ist ja ein Let's Play. Und ja... Wird sicher über... Einige... 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 Noch einige... Parts... Brauchen. Wir sind ja immer noch mehr oder weniger in der... Tutorial-Welt. Würde ich mal so sagen. Ähm. Und ja... Haben wir jetzt schon... Wie viele Folgen haben wir aus? 17? 16, 17? Sowas. Ja, denkt denn hier niemand nach? Nein, hier denkt niemand nach. Haben wir doch schon gemacht. Ja, hier möchte ich noch mal ein bisschen rumschauen. Interm Haus der Oma Rübenfein. Rübenfein, Rübenfein. Ja, so muss das Leben sein. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir... Gar nischt. Nischt. Überhaupt nischt. Nischt. Mit Ü und Sch. Ja, hier haben wir wirklich... Nischt. 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 Ähm. Aber konnte man zu Anfang... Am Anfang nicht in die andere Richtung auch gehen. Am Startpunkt. Muss ich mal kurz probieren. Nachdem wir eh schon ziemlich wieder am... Anfang hier sind. Uh, Holzfäßchen. Holzfäßchen. Ja, Holzfäßchen. Zack. Und. Zack. 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 Zack.